Moin! Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch! Und lasst uns das Jahr gleich mal mit einer kleinen Knobelei starten. Also, ich habe hier eine 6 Volt Glühlampe. Wenn ich die mit einem 6 Volt Netzteil verbinde, dann leuchtet sie. Überraschung! Aber jetzt möchte ich sie mit einer 9 Volt Batterie betreiben. 9 Volt ist zu viel, darum baue ich einen Spannungsteiler. Und wir sehen, tatsächlich, mein Spannungsteiler hat eine Ausgangsspannung von 6 Volt. Und jetzt schließe ich da meine Glühlampe wieder an. Und die bleibt dunkel. Warum das denn jetzt? Lasst uns noch mal kurz schauen, was wir gesehen haben. Also, ich hatte eine 6 Volt Glühlampe mit einer 6 Volt Spannungsquelle verbunden. Und das Ding hat geleuchtet. Dann habe ich eine 9 Volt Batterie genommen und einen Spannungsteiler gebaut, damit ich die 9 Volt aufteile. An dem 1 Kilo Ohm Widerstand fallen 3 Volt ab. An dem 2 Kilo Ohm Widerstand fallen jetzt 6 Volt ab. Und jetzt habe ich meine Glühlampe dort angeschlossen und stelle fest, die bleibt dunkel. Und die Frage ist, warum leuchtet das blöde Ding denn jetzt nicht? Ja, schreibt doch mal eure Gedanken in die Kommentare. Und die Lösung zu diesem Rätsel, die gibt es in 2 Wochen. Also, bis bald!